Leute, was geht ab? Das ist mein neues Video. Und heute, ja ich fahr rum, aber heute machen wir das ganz gut. Mit dem speziellen Gast. Felix! Ja, der Felix. Ja, der ist geil. Und dieser Spieler, was man hier auch lesen kann, ist auch richtig cool. Okay, und was machen wir heute? Sag mal, Felix. Wir machen ein Lagerfeuer und zünden es auch am Ende des Videos an. Warum am Ende? Ja, also wir zünden das Lagerfeuer dann auch an und das Ganze filmen wir dann jetzt auch. Na komm. Yes, okay, los. Mach ich ab. Komm, ich. Jo, Leute. Ich schalte jetzt gerade von hier. Und Felix von da. Ja, wir machen das Lagerfeuer hier. Hier drauf. Warte. Ja, leg's mal. So, hier hin. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Material. Ja, ich packe noch mehr Heu drauf. Yes. Ja, die Nachbarn hat gesagt, dass wir dann die ganze Häuser hier abfackeln. Darum müssen wir es jetzt hier bei diesem Spielplatz. Ja, da haben wir auch sonst. Ja, ich hol dir auch ein bisschen Material. Ja, klar, nehm. Okay. So, wir haben das jetzt gerade. So, Leute. What the fuck? Na ja, brennen wir alles hier ab. Das hier müssen wir noch verteilen. So, jetzt haben wir es etwas so verteilt. Hier vielleicht noch. Und ja, jetzt holen wir das Feuerzeug. Ja. Ja, ja, ja. Okay, mach schon. Felix, los. Oder soll ich machen, wenn du willst? Nö. Anderen mache ich dann. Ich brauche Windschatten. Jetzt? Ja, es brennt. Scheiße, ausgegangen. Wie brennt mal das an? Hä? Nee. Ja. Ach, jetzt. Ich glaube, es brennt. Ja, ja, es brennt, es brennt. Tun wir es da hin. So, jetzt können wir... ...etwas... So? So, jetzt haben wir es schon. So langsam. Brennt das gut? Hier, hier. So. So. Das darf hier. Das hier. Ups, ich habe den Blumen gefilmt. So, Leute. Wir haben hier auch noch... ...Polz. Ja, jetzt brennt hier alles. Ja, die Döcker müssen auch brennen. So, da drauf. Nehm noch einen. So, jetzt brennt alles hier. Das hier brennt gut. Psst. So. Ja, schon brennt. Ha, ha. Hier, da fällst du. Das brennt dich aber nicht. Hallo, Baba. Jetzt bist du auf YouTube. So, das leg mal drauf. Ich will auch kurz mal halten. Ja, mal drauf. Jo, Leute. Kleine Fackel. Ah, ne. Wow, wow, wow. Müsst du auch kurz rennen. So, und das steigt. Das brennt ganz schön. Ja, es geht weiter. Wir legen da immer mehr Holz drauf, damit das nicht ausgeht. Oh, hier. Hier ein dickes Stück. Ja. Die dicken Stücke brennen ja länger. Ja. Wir haben noch eine ganze Karte voll. Da brennen wir. Da liegt noch was. Und drauf da. Neben haben wir ja auch. Ja. Brennt doch gut. Cool. Oh, da. Eigentlich nicht so groß. Ne, das ist dick. Komm. Das schmeißen wir mal da drauf. Komm, wenn dann weiter hier hin. So, Kameramann. Was macht ihr da? Feuer. Ja. So viel. Aber nicht so viel. Pass auf, da. Pass auf. Hast du nicht verbrannt? Das ist so ein langer Stock. So, Superman. Fülle da nicht so hoch, dass das was nicht wehle. So, jetzt. Felix, verbrenn dich bitte. Gut, mach nicht. Ja, nicht mit den Fingern. Deswegen habe ich dir auch den Stock gegeben. Hey, das macht noch mal eine dicke. Let's getrunken. Let's getrunken. So kann man dann auch mal etwas zurecht schieben. Yes. So, wo ist mein Stock? Fuck. Alles brennt hier. Naja, alles nicht. Fast alles. Meter hoch. Boah. Dieses Holz brennt richtig gut. Jetzt haben wir... So. Auf jeden Fall. Viertel, das brennt schon wieder ab. Warum, Mann, Felix? Das... Nee, nee, ist... So, das brennt jetzt noch so. So, es brennt das komplett ab und dann ist es aus. Dann ist mir jetzt wieder die Mühe, das alles gemacht. Die Flamme ist schon... Ist das bei uns zum Löschen gleich? Nein, das... Brennt da eins? Ja... Und jetzt zünden wir es da erst an. Das kann sein. Das war's schon mit meinem Video. Und heute mal mit Felix war das. Oh, mein Gott, misst mir jetzt sowas von Eis. Naja, egal. Und ja. Tschüss. Sag ich mal. Und was sollen die nicht vergessen, Felix? Nie mit Feuer herumspielen. Dabei kann nämlich was passieren. Wir haben es jetzt mit Aufsicht von Erwachsenen gemacht. Also wenn wir ein Lagerfeuer machen, dann ist es nur unsere Aufsicht von Erwachsenen. Ja. Abonnieren. Brr, abonnieren. Oh mein Gott, mein Handbrett.